Ja, hallo allerseits und willkommen zurück zu Portal Stories und dem Versuch und Fehlschlag von mir, wie ich irgendwas irgendwie machen tue. Was hab ich gesagt? Ich hab gesagt, dass ich da irgendwie hochspringen will, ne, mit dem komischen grünen... Ne, blauen Glibber, genau. Dann in irgendein Portal rein, hoch und irgendwie... Ne, Quatsch, was? Wie? Hä? Nein, doch, äh... Reinspringen? Irgendwo hier dann schnell ein Portal hinklatschen und dann rüberjumpen, genau. Ich frag mich nur gerade, funktioniert das während ich... Nein, während ich einen Würfel hab garantiert, nicht. Deswegen muss es ohne den Würfel gehen, also muss erstmal der Würfel rüber, oder? Ey, ich hoffe, das funktioniert und ich hoffe, der knallt nicht dann irgendwo da gegen die Wand oder da oben gegen die Wand und fällt dann direkt wieder runter. Das wär nicht so toll. Das wär überhaupt nicht toll. Ne, ne, wie komm ich überhaupt hoch? Wie komm ich da... Oh, ich geh mal hier. Ach so, genau. Ach so, genau. So komm ich hoch. Ist ja... Äh, die war doch auch Glibber. Äh, what? So, wir hatten den Glibber, der hat weggepackt. Ist das denn für ein Mist? Oh. Da ist eine Wand, die hat die Wand da hingepackt. Die war gestern noch nicht da. Äh, gestern? Gestern hab ich das Spiel noch gar nicht gehabt, hier. Oh. Ups. Ja, da bin ich mal eben kurz schwimmen gegangen. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass das Wasser hier nicht gerade so gut ist, wie die Gesundheit. Ja, also, ne? Sollte man hier ein paar Schilder hinstellen, damit man weiß, dass man nicht im Wasser gehen soll. Jo, jetzt aber. Kann ich nicht vielleicht irgendwo hier schon ein Portal hinklatschen? Ist das ein Portal? Nee. Ich glaub nicht. Äh, verdammt. Dann halt so... Wo ist der Glibber hier? Da war doch vorher welches. Ähm, 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 warte mal. Egal welches ich davon nehmen würde, ich würde mich selber wieder nach unten feuern. Das wäre nicht so gesund. Ja, 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 ist ja gut. Was? Wie? Was? Wie kommen wir? Wieso? Hä? Hä? Egal. Ich frag mich jetzt gerade echt so ein bisschen, wie bin ich denn jetzt eigentlich... Gegen was bin ich denn gegen gekommen? Dann bin ich nicht ins Wasserfall. Hm, egal. Jo, was hab ich gesagt? Ich muss hier irgendwie herumjumpen. Genau. Packe ich erstmal hier so ein bisschen ergänztes Zeug hier hin, wenn ich denn darf. Da geht nix, okay. Weißt du das? Na ja, ich würde mal sagen ja. Jo. Ich hab absolut keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert, aber... Naja, werd ich ja sehen. Nö! Nö, nö, doch nicht rein! Oh. Ähm. Echt? Alter, echt jetzt. Ist nicht dein Scheißernst. Jetzt ist der Würfel da hinten. Äh, 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 äh. Zum Glück ist das Problem nicht so großartig. Geht ja fix. Äh, wobei, warte mal. Ach, ist ja schon. Ist ja schon. Ist ja schon. Das Portal steht ja noch. Ja. Und schön rein da. Äh, was? Hallo? Rein da. Dann halt so rum. Äh, was? Sag mal. Jetzt komm ich da wieder nicht rein, oder was? Rein! Ja, Hauptsache die Kiste bleibt oben. Ist klar. Äh, was? What the? Äh, 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 äh. Jetzt aber. Na geht doch. Mann, warum nicht gleich so? Ähm... Nee, lieber hier. Oder? Ja. Ja. Das dürfte er hinaus. Hoffentlich funktioniert das. Oh, verdammt! Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Äh. Es hat nicht so funktioniert, wie ich gehofft habe. Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oder vielleicht hier? Ah, okay, das geht schon mal. Vielleicht von hier aus? Ups, achso. Aber dann könnte... Das könnte vielleicht im Weg sein. Das stimmt, das könnte theoretisch im Weg sein. Das wäre nicht gut. Brauche ich überhaupt eigentlich noch diesen... Hier, die Lichtbahn da eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wenn das jetzt nicht geht, was ich hier gedacht habe, wie ich dann rüberkommen soll. Ist da oben irgendwo was? Nee, da ist leider gar nichts. Ich weiß auch nicht... Brauche ich irgendeinen von diesen hier? Hm. Ach, verdammt, das ist ja der ganze Schnodder hier nicht. Wie soll ich denn da jetzt wieder hinkommen? Na, das geht nicht. Egal. Dann halt ohne. Hm. Hm. Mir fällt gerade überhaupt nichts ein, was ich irgendwie machen könnte, um weiterzukommen. Oder ich bin einfach nur ziemlich blind gerade. Und diese Lösung ist so offensichtlich. Captain Obvious wäre enttäuscht von mir. Ja, der wäre extrem enttäuscht von mir, wenn er das sehen würde. Hm. Nee, das ist ja... Ist doch klar, dass da hinten nichts geht, du Depp. Ach, das ist... Nee, wie... Hm. Hm. Das geht ja nicht, weil ich glaube, da steht... Ist das hier dieser Metallträger da im Weg? Aber... Weiter hoch geht's ja auch nicht. Wo muss ich denn hin, damit ich überhaupt irgendwo einen Anfang habe? Hm. Das ist irgendwie gerade sehr blöd. Ähm. Wie will ich denn jetzt überhaupt hier? Ich weiß gar nicht so richtig, was ich überhaupt hier wollte. Na, jetzt spring doch. Ach, jetzt... Warum nicht gleich so? Hm. Das funktioniert eigentlich auch nicht, oder? Ach, einfach mal ausprobieren. Ich glaube aber nicht, dass die Höhe ausreicht, damit ich da hochkommen könnte. Oder? Äh, äh, warte mal. Wenn ich da hinkomme, dann geht's. Oder? Rein theoretisch, ja. Hier sind... Bl-bl-bl-bl-bl... Oh, geht doch. Mann, das war so offensichtlich. Ja, Captain, ob jetzt ist enttäuscht worden hier. Verdammt. Verdammt. Ich bin eine pure Enttäuschung. Aber Hauptsache, ich komme weiter. Hauptsache, ich komme weiter. Ja, ja, das ist doch das Hauptsächliche. Alles andere brauche ich nicht. Lade, Bitschirm. Geh weg. Geh weg. Ich brauche dich nicht. Hab ich doch gerade gesagt. Oh. Ja, ich glaube, der Gärtner sollte mal hierher kommen. Wächst ein bisschen zu viel hier rum. Ja, Hauptsache, ich kann meine Tests machen. Da hinten, ne? Äh. Fällt da nicht eine Kiste genau in die Gegend? Oder wie jetzt? Ach, nee, die ist weiter hinten. Okay, ich sehe es gerade. Okay. Was mache ich hier? Ach so, rückwärts. Ja. Toll. Dafür brauche ich aber erstmal einen Würfel. Hm. Hm. Hä? Oder warte mal. Ach, nee. Ja, wieso? Nee, geht ja gar nicht. Nee, geht ja gar nicht. Oder? Nee, das geht nicht. Quasi hier so wieder nach oben mich bewegen. Aber das funktioniert ja irgendwie nicht so richtig gerade. Hm. Das ist ja... Ist hier irgendwo eine Platte, die ich komplett übersehe? Hä? Wie soll ich denn da was machen? Der einzige Würfel, den ich hier brauche, der ist da hinten irgendwo. Wobei, warte mal. Wo fällt denn der... Kann ich das sehen, wo der hier hinfällt? Ach so, der liegt irgendwo da oben. Ey, warte mal. Äh, nö, 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 nö. Nö. Ah, warte mal. Äh, ach nee, der fällt ja gar nicht runter. Stimmt, ja. Hä, hä, hä. Oder... Hä? Ach so, ja. Ich blindfisch. Boah, bin ich doof. Hm. Na, komm schon hier. Schön da draufbleiben. Wobei... Nein. So, Vorsicht, Cyber. Und wie komme ich jetzt... Ah, lass mich raten. Ich muss da hinten auch noch einen hinstellen, ne? Supi. Nicht lass mich raten, wie komme ich da rüber. Ich sehe doch schon, wie ich rüberkomme. Genauso wie ich die Kiste hergeholt habe. Nur halt zurück. Äh, hä. Hm. Warte mal, hier ist ja gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Aber Hauptsache, ich kriege die Tür auf. Na, toll. Hm. 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 Ach so, genau. Warte mal, nein. Äh. Ich muss eigentlich einen neuen Würfel holen, glaube ich. Also, quasi weg mit dem hier. Genau. Nein. Jo. Dann muss ich jetzt... ...den hier herholen. Ach, scheiße. Hahaha. Hahaha. Ja, toll. Das habe ich jetzt nicht mitbedacht. Verdammt. Verdammt. Menno, richtiger Ansatz, aber falsche Durchführung. Super. Na, toll. Ach, da kann ich ja gar nicht runter. Züppi. Naja, den brauche ich ja. Den brauche ich ja. Na, geh schön da rein. Hm. Hm. Kann ich da... Nein, da geht da gar nichts. Warum geht da nichts? Menno. Wie kriege ich jetzt den Würfeln hier hoch? Eigentlich ja auf denselben Weg, ne, aber... ...das funktioniert nicht so in der Richtung. Da hinten kann ich auch kein Portal hinklatschen. Das ist schade. Äh, warte mal. Hm. Cap Norbius. Warum kannst du das Spiel nicht spielen? Ich krieg's nicht hin. Würfel? Da, Würfel. Ne? Gott, bin ich verblödet und blind und hasse nicht gesehen. Das ist doch nicht mehr... Äh, das ist doch nicht mehr gesund. Blindfisch bin ich einfach nur. Ja. Ne, jetzt lass mich nach unten, ja. Geht doch. Hey, Mel. You have no idea how hard it is to move around here. Anyway. Remember those old turds from all the way at the bottom of the facility? Those guys have no security systems installed. It should be really easy to reprogram them to destroy Agus instead of humans. If we go down to a turd production line, we might be able to produce friendly turds. Egal, ob die dann freundlich wären, ich will die Türmen lieber nicht um mich her haben. Ja? Also, das kann nicht gut gehen mit den Dingern. Nein, wurden die von Aperture hergestellt, ne? Da ist alle, vor allem bei Aperture ist wer? Genau, GLaDOS. Und GLaDOS traue ich nicht mal einen Meter weit. Hier ist so ein Beam. Okay. Den kann ich umdrehen wieder einmal, wie ich sehe. Da kommt ein Würfel, denke ich mir mal, raus. Hier ist ein Laser, der da oben wahrscheinlich das Teil anlässt. Oder aktiv hält. Hört sich besser an. Mhm. Ja, ich wollte mal sagen, ich mache das hier morgen weiter. Hm. Wir machen ja, glaube ich, eh schon etwas länger. Von daher mache ich jetzt einfach fix. Ende. Ja. Tschüssi. Tschüssi.